Hallo, mein Name ist Lars Schlichting und ich bin Fitnesscoach. Seit über 20 Jahren betreibe ich Sport professionell, als Fußballprofi und Personal Trainer. In dieser Zeit habe ich vor allen Dingen gelernt, wie man effektiv Ziele erreicht. Und genau das wünsche ich mir für Sie auch. Ziele effektiv erreichen und dabei auch noch Spaß haben. Nach einer ausführlichen Anamnese entwerfen wir Ihnen ein ganz persönliches Trainingsprogramm. Verbessern Sie Ihre Konzentration, Ihre Koordinationsfähigkeit und Ihre Ausdauer. Mit einem abwechslungsreichen Programm wird es Ihnen gelingen, Ihre ganz persönlichen Ziele zu erreichen. Dabei behalten wir Ihre individuellen Bedürfnisse immer im Auge. Lernen Sie, Ihre Grenzen wahrzunehmen und behutsam zu erweitern. So machen Sie sich fit für die Anforderungen des Alltags. Denn Ihre Gesundheit steht immer im Vordergrund. Wir helfen Ihnen dabei. Und? Sind Sie neugierig geworden? Dann lassen Sie uns doch gemeinsam loslegen. Mein Training ist jetzt noch nicht vorbei. Ich muss jetzt weiter. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.